Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur DRK-Sprechstunde. Wir haben die Freude, heute Herrn Prof. Dr. Erwin Blessing vom Klinikum Karlsbad Langsteinbach begrüßen zu dürfen. Herr Professor Blessing ist Gefäßspezialist. Das Thema heißt kritische Ischemie. Herr Professor Blessing, das müssen Sie erklären. Ja, im Gegensatz zu der Schaufensterkrankheit, wie der Volksmund die Durchblutungsstörung des Beines bezeichnet, wenn noch ausreichend Blut ankommt, um sozusagen den Beinerhalt noch aufrecht zu halten, ist bei der kritischen Ischemie keine Zeit zu verlieren. Da ist die Durchblutungssituation so kritisch, dass sich bereits offene Stellen, Wunden gebildet haben. Teilweise, wie man hier sieht, auch schon der Gewebsverlust, Extremitätenverlust droht und da ist wirklich dann Gefahr im Verzug. Das heißt kritisch in Bezug darauf, dass das Bein amputiert werden muss? Im schlimmsten Fall ja. Da ist dann sozusagen Gefahr für die Extremität und für Leib und Leben. Das ist ja furchtbar. Das ist tatsächlich furchtbar. Man darf auch nicht vergessen, dass natürlich auch der Extremitätenerhalt. Ich sage mal, dass man halt nicht sein Unterschenkel oder sein Oberschenkel verliert. Unheimlich wichtig ist für den Erhalt der Mobilität, dass die Patienten sich noch ausreichend, sage ich mal, auch bewegen können und am Alltag teilnehmen können. Und wir reden ja in der Regel von sehr älteren Patienten und da ist einfach der Erhalt der Beweglichkeit und dass man im Alltag auch noch teilnehmen kann. Unheimlich wichtig. Also rasches Handeln ist angesagt. A und B, was macht man jetzt? Ja, man muss natürlich die Ursache finden. In aller Regel handelt es sich hier um sehr fortgeschrittene Durchblutungsstörungen. Das heißt eine vollständige Verstopfung von den Beingefäßen. Da haben wir hier ein sehr schönes Beispiel. Zeigen Sie das mal. Wo ist denn das normale Gefäß? Was ist da noch normal? Gute Frage. Auf der linken Seite, das ist jetzt eine Aufnahme aus dem Katheterlabor. Das Blut ist sozusagen mit Kontrast mittels Schwarz dargestellt. Also das wäre ein Bluterfluss? Das wäre das normale Gefäß. Und hier fehlt alles? Jawohl. Und links ist die Aufnahme vor einer Behandlung, bevor man mit einer Kathetermethode die Verstopfung sozusagen behoben hat. Und da kann man sich vorstellen, dass unten nicht mehr genügend Blut ankommt. Und rechts dann bei einer erfolgreichen Behandlung mit einer Aufdehnung mittels sehr schonenden Verfahren. Also kann man das Gefäß wieder herstellen und damit die Durchblutung des Organs? Sozusagen, ja. Das finde ich toll. Was muss man dann weiter noch beachten? Ganz wichtig ist, dass man natürlich auch der Ursache auf den Grund geht. Und ich sage immer, wir heilen nicht, wir reparieren nur mit den Methoden. Ganz wichtig ist natürlich, dass die Patienten auch ihren Teil dazu beitragen und die Lebensstilveränderungen beinhalten. Natürlich, dass der Raucher aufhört mit dem Rauchen, dass der Zuckerkranke sein Zuckergut einstellt, der Hochdruckpatient seine Tabletten einnimmt und ähnliches. Viel Bewegung, wie man immer sagt, bei der Schaufensterkrankheit ist gerade in diesem speziellen Fall, wenn die Durchblutung so schlecht ist, in der Phase nicht angezeigt. Nun haben Sie ja gerade so einen Fuß gezeigt. Das ist ja nun das Organ, was wir ja nun am meisten brauchen. Wir müssen ja laufen, gehen und stehen. Wie muss man denn so einen Fuß behandeln? Was muss denn ein Mensch, der so eine Veränderung am Fuß hat, beachten? Sehr wichtiger Punkt. Da ist dann natürlich auch der entsprechende Spezialist gefragt, Gefäßspezialist, ob Gefäßchirurg oder der Gefäßinternist. Und das kann durchaus auch sein, dass man da mit einer lokalen Wundbehandlung, auch mal mit einer Antibiotika-Behandlung, mit einem sogenannten Entlastungsschuh auch Druck nimmt von den Druckstellen. Also eine sehr, sage ich mal, komplexe Behandlung, wo auch mehrere Fachdisziplinen gefragt sind. Richtig ja auch für den Patienten, der darf keine engen Schuhe mehr tragen, würde ich mir so vorstellen. Ganz genau richtig. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und da gibt es spezielle Schuhe, die auch verordnet werden. Die Krankenkassen übernehmen auch entsprechend die Kosten. Ich sage mal Stichwort Diabetes-Schuhe. Und dann gibt es ja noch einen Punkt. Ich meine, man muss ja aufpassen, das ist ja infektionsgefährdet und das Ganze kann das Ganze ja viel schlimmer machen. Das heißt, das ist ja idealer Nährboden für Keime da unten. Sie sagen es genau. Da kommt eins zum anderen. Zum einen ist natürlich eine offene Stelle, anfällig für Bakterien. Dazu kommt, dass dann häufig ja auch bei Patienten mit einer Zuckererkrankung von vornherein sozusagen die Abwehrmechanismen auch etwas eingeschränkt sind. Nun ist es ja oftmals schwierig, diese Wunden zu behandeln. Was kann man denn nun dem Betroffenen sagen? Soll er den Fuß selbst immer baden? Soll er da Salben drauf schmieren? Soll er, ich habe das mal erlebt, Quark drauf tun? Ja. Häufiger ist weniger, mehr. Ganz häufig sind einfach trockene Verbände des Mittel der Wahl. Und da ist aber eigentlich wirklich dann der Spezialist auch gefragt, um dann jedem Patienten im speziellen Fall auch gerecht zu sein. Also eine richtige Fußsprechstunde sollte man aufsuchen und das machen. Und sollte dieser Patient sich seine Fußnägel noch selber schneiden? Ich würde sehr davon abraten. Das ist schon ein ganz wichtiger Punkt, Herr Wusser-Bessing. Vielen Dank, das war ein großartiger Beitrag. Und Sie haben gesehen, was man alles machen muss und was man beachten muss. Also nochmal herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Alles Gute! Dankeschön. 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 Untertitelung des ZDF, 2020